Also da, selbst mit Bemühungen, also auf die Distanz muss man sich ruhig gehandeln. Ja, das ist Max Distanz. Ja, Max 800 Meter und dann mit sehr ruhiger Hand. Und das ist aber auch sehr, sehr klein bei euch, ne? Das ist auch schon klein, ja. So, Achtung. Oh, knapp sein Leben. Warte, lass mich mal einen Schuss bitte machen. Also das kann ich schon gar nicht mehr sehen, also das erkenne ich null. Dann bitte. Warte, ich... Wie hast du? 700 irgendwas, ne? Ich habe 800 eingestellt, das sind knappe 800 Meter. Okay, es sind knapp 800, okay, dann halte ich lieber so. Alter, mich. Machen wir den hier. So. Und Feuer frei, bitte. Hattelbe Spiel. Warte, ich treffe ihn. Verdammt, ich habe keine Munition mehr drin. Sekunde, nachladen. Ich warte. Ich klappe mal mein Bein nach außen, um noch einen Ticken ruhiger zu halten. Das ist abartig. Selbst mit ausgeklapptem Beepot wackelt das. Also man muss sich halt so minimal bewegen einfach. So, warte. Und... Bats, umgefallen. Ne. Bei mir steht er noch. Steht noch. Weg. Jawoll. 800 Meter Treffer. Nice, nice. Huh. Man hat es gesehen, bei unseren beiden ersten Schüssen hast du es schon gesehen, rechts und links... Ich habe ihm direkt ins Bein geschossen eigentlich. Ja, cool. Cool.